Wenn du hier unten Rückenschmerzen hast, dann kann das hier, das Hohlkreuz, das Problem sein. Und welche vier einzigen Übungen du brauchst, um dieses Hohlkreuz wieder zu korrigieren, das erfährst du im heutigen Video. Bei einem Hohlkreuz kippt euer Becken nach vorne. Ihr könnt das Becken mit Übung Nummer 1 zentrieren, indem ihr das Gesäß anspannt. Und das könnt ihr mal probieren, so doll wie möglich, als ob ihr gerade ganz dringend auf Toilette müsst, die Pobacken anspannen. Und wie ihr das trainieren könnt, das könnt ihr mit dem Knie beugen und da braucht ihr ein Gewicht, beispielsweise einen Rucksack. Ihr müsst es euch also gar nicht so schwer machen. Nehmt den Rucksack oder einen anderen schweren Gegenstand und geht runter in die Kniebeuge. Am besten Ass to Grass sagt man, also so weit runter wie möglich, Po Richtung Boden und dann wieder hoch. Nehmt da einfach das Gewicht, was für euch passt. Dann als zweite Übung könnt ihr tatsächlich das Ganze initiieren über Kreuzheben. Kreuzheben ist eine ähnliche Bewegung, da könnt ihr aber tatsächlich den Po nach hinten schieben. Und irgendwann kommt ihr nicht mehr weiter. Nehmt die Arme nach unten und versucht dann von hier aus, den Rucksack auf den Boden zu führen und wieder nach oben. Also bitte da keine Wissenschaft draus machen. Im Übelring braucht ihr nicht tausend kleine Übungen, Monster Walks und so. Könnt ihr euch sparen. Das sind zwei absolute elementare Grundübungen. Es gibt aber ein Problem an dieser Thematik. Man könnte ja sagen, okay, dann kann ich mein Hohlkreuz kippen, indem ich nur das mache, Po anspannen. Aber probiert mal die Pobacken anzuspannen und dann zu gehen. Das sieht so aus. Ihr würdet so gehen. Das ist nicht gesund, sondern das sieht aus wie ein Zinnmännchen. Und deswegen braucht ihr eine zweite Übung. Die zweite Möglichkeit, wie ihr euer Hohlkreuz bzw. euer Becken zentrieren könnt, ist die tiefliegende Bauchmuskulatur. Den sogenannten Imiopsoas, den blende ich euch hier auch nochmal ein. Das heißt, ihr könnt einfach versuchen, den Bauchnabel in Richtung der Wirbelsäule anzuziehen. Nicht mit dieser Sixpack-Muskulatur, sondern mit dieser tiefliegenden Bauchmuskulatur. Und dann kippt sich das Becken automatisch. Und das könnt ihr ziemlich gut trainieren, egal ob ihr Anfänger oder Profi seid auf dem Boden. So, bei mir ist der Wohlstand zugeschlagen, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch meinen Bauch nicht vorenthalten. Denn wenn ihr auf dem Rücken liegt, dann könnt ihr schon mal so eine Hohlkreuzposition machen. Und dann sollt ihr aber auf dem Rücken liegend diese Hohlkreuzposition vermeiden, indem ihr das Becken nach hinten kippt. Also den unteren Rücken komplett an den Boden ran drückt. So, das kriegen alle meisten noch hin. Dann winkelt ihr die Beine an und habt hier ungefähr erstmal einen 90-Grad-Winkel und hier auch einen 90-Grad-Winkel. Und dieser Winkel bleibt gleich. Jetzt führt ihr die Beine in Richtung des Bodens. Und ganz wichtig, ihr fangt hier nicht an zu schummeln, also wieder ins Hohlkreuz zu kippen, sondern ihr bleibt hier mit dem unteren Rücken auf dem Boden. Und je weiter ihr nach unten kommt, an dieser Position, okay, das sieht jetzt nicht so aus, aber das ist echt ziemlich anstrengend. Ziemlich, ziemlich anstrengend. Wenn das zu schwer für euch ist, nehmt die Füße nah ran an den Körper, dann ist das erstmal euer Bewegungsradius. Das solltet ihr aber eigentlich hinkriegen. Auch mit vielen Wiederholungen und auch mit ausgestreckten Beinen sollte das eigentlich gut funktionieren. Bitte immer darauf achten, hier nicht schummeln. Also hier soll nicht unten die Hand runter durchgucken, sondern hier solltet ihr in jeder Millisekunde mit dem unteren Rücken auf dem Parkett unter dem Boden bleiben. Wenn ihr persönliche Fragen zum Thema Rückenschmerzen an mich habt, dann könnt ihr mich aktuell richtig gut auf Instagram erreichen. Also schreibt mir einfach bei Instagram eine Nachricht und ich beantworte euch alle eure Fragen. Wir haben jetzt zwei Kraftanker. Die dritte Übung ist tatsächlich für die Entspannungsanker, also dass ihr einfach ein bisschen locker lassen könnt. Und ihr könnt euch das vorstellen, dass hier, also im Hüftbeuger und im Rectus Femores im Oberschenkel, ziemlich viel Spannung sein kann, wenn ihr viel sitzt, wenn ihr zu schwach in der Beinmuskulatur seid. Und dann macht es einfach Sinn, und jetzt guckt gerne mal auf den unteren Rücken, da ein bisschen mehr Entspannung reinzuholen. Also hier das Ganze ein bisschen auf Länge bringen und das könnt ihr voll easy mit der Übung machen. Ihr kommt in so einen einfachen Ausfallschritt und fangt von hier aus erstmal an zu gucken, dass ihr rauskommt aus dem Hohlkreuz. Genau das ist das, was wir auch haben wollen. Von hier aus mal das Becken nach hinten kippt und dann werdet ihr wahrscheinlich schon hier, also entweder unten im Oberschenkelmuskel, aber wahrscheinlich hier auch in der Hüfte, am Hüftbeuger, merken, okay, da ist ganz ordentlich Spannung. Und wenn ihr die Spannung noch erhöhen wollt, könnt ihr mit der Seite, wo ihr mit dem Knie auf dem Boden seid, den Arm nach oben führen und nochmal über die Diagonale greifen, so dass diese ganze myofasziale Kette nochmal so ein bisschen in Bewegung kommt, könnt auch so ein bisschen nach vorne und nach hinten wippen. Also das müsst ihr nicht in einem Stretch machen, sondern das Ganze dynamisch. Und das ist aber tatsächlich schon schwieriger, da empfehle ich immer eher, das an einer Wand zu machen mit einem Couchstretch. Dann könnt ihr probieren, die Kette noch mehr auf Spannung zu bringen. Also könnt ihr euch das vorstellen, dass ihr dann noch mehr Zug drauf bringt, indem ihr die Ferse zum Gesäß führt und hier könnt ihr euch erstmal nach vorne beugen, dann ist es einfacher. Und wenn ihr euch nach hinten beugt, jawollo, da solltet ihr einen ganz ordentlichen Zug hier am Muskel des Rectus Fumores, also dieser gerade Beinmuskel geben. Und der Muskel kann euch dann tatsächlich im Endeffekt auch wieder in dieses Hohlkreuz ziehen. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, den Muskel wieder auf Länge zu bringen. Und natürlich auch mit der Übung Nummer 4 zu arbeiten, die zeige ich euch jetzt. Die Übung Nummer 4 ist so naheliegend, dass viele sie tatsächlich einfach vergessen und zwar der untere Rücken. Auch hier können wir Spannung haben. Und wenn wir total verspannt sind, kann es sein, dass uns das ins Hohlkreuz zieht, deswegen hier so ein bisschen Länge drauf bringen. Das können wir einfach machen, indem wir unsere Hüfte umfassen und das Becken nach vorne und nach hinten kippen. Und in dieser Fersensitzposition ist das meistens ganz einfach vorausgesetzt. Ihr könnt in den Fersensitz, wenn nicht, guckt euch gerne hier mal mein Video zum Thema Fersensitz an. Da habe ich erklärt, wie ihr euch da rantasten könnt. Wenn das schwierig für euch ist, dann geht gerne nach vorne und versucht hier das Becken zu kippen. Ja, so in so einer nach vorne gelehnten Position. Was viele dann machen, ist hier oben mit dem Rücken rumwackeln. Das will ich nicht, sondern ihr sollt mal ganz gezielt nur unten in der Lendenwirbelsäule versuchen, die Bewegung zu initiieren. Wenn ihr tatsächlich merkt, dass ihr diese Übung einigermaßen gut hinkriegt und dass ihr trotzdem keine Probleme habt oder wenn ihr einfach nochmal ein bisschen mehr machen wollt, dann guckt euch gerne mein Video, das werde ich euch hier auch nochmal einblenden, mit den drei Übungen zum Thema Rückenschmerzen an. Das habe ich gerade auch erst gemacht. Super wertvolle neue Übung, wo ihr den ganzen Rücken einfach auch nochmal mit targetieren könnt, weil natürlich können Rückenschmerzen auch aus Wirbelsäulenproblematiken resultieren. Deswegen guckt euch das gerne auch nochmal an, ansonsten noch dran, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.